Wir haben das Turnier jetzt zum ersten Mal durchgeführt und haben es organisatorisch nicht leicht gehabt, aber trotzdem hinbekommen, dass wir wieder so einen Wirtschaftsbetrieb und hier einen Turnierplan gehabt haben. Alle Ehrenberg. Danke. Bevor wir zur Siegerlinge kommen, haben wir hier einsteigende Jobs zu vergeben. Da würde ich anfangen mit dem sympathischen Team dieses Turniers und das ist der erste Team Team. Gebet der Rastricio für den zweiten Turnier. Gebet der Rastricio für den zweiten Turnierplan. 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 Dann kommen wir zu den nächsten Turnierplan. Bis zu dir. Das war der Daniel Pahlow vom TV Orsheim. So, jetzt habe ich die Spannung erhoben. Wer ist der Wegspieler des Turniers? Bruno Martins von der Zinne-Wertel. Zur Sicherung, im 4. Platz erreichte der SCC für Ortzeit. Bitte den Spiegel noch mal abzielen. Applaus Unter innen im Finale, im 2. Platz erreichte der FCB. Das ist der Wegspieler des SRG-Packs. Und dieses Jahr wurde der Eiffel-Wertel. Das ist der Wegspieler des SRG-Packs. Das ist der Wegspieler der Miettour. Und das ist der Weg, der der hier rauskriegen. Und das ist ein großer Weg. Vielen Dank für's Zuschauen!